Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Es geht weiter mit meiner Ich swatche alle Paletten von einer Marke-Reihe. So nennen wir sie jetzt einfach, mir ist noch kein besserer Name dafür eingefallen. Ja, im letzten Video habt ihr ja alle meine Glam Light Paletten geswatcht, gesehen und heute möchte ich alle Too Faced Paletten für euch swatchen, die ich habe. Da werden natürlich auch ein paar drunter sein, die ihr so nicht mehr bekommt. Gerade jetzt, was so im Einzelhandel das angeht. Ihr bekommt aber sowas oft bei Vintage zum Beispiel nochmal, ja gebraucht dann halt. Ich würde aber trotzdem sagen, ich mag Too Faced sehr gerne. Ich finde in letzter Zeit, so seitdem Too Faced an Estee Lauder verkauft wurde, sind die Produkte schon um einiges langweiliger geworden. Also ich habe schon länger nichts mehr von Too Faced an Lidschatten Paletten gekauft. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar in der Sammlung und ich würde sagen, ich swatch sie euch. Starten wir mit der Born This Way The Natural Nudes Palette. Die sieht so aus, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Palette. Ja, ich mag die Qualität sehr gerne. Ich finde sie schön, sie ist ein bisschen so im wärmeren Spektrum, würde ich sagen. Hat so zwei, drei Pinks noch mit drin, aber ansonsten eben eher so wärmere Brauntöne. Und das sind die Swatches. Übrigens vielen Dank für den Tipp von einer ganz, ganz lieben Zuschauerin, die, ja manchmal kommt man selber nicht auf die einfachsten Ideen, mir empfohlen hat, vielleicht auch mal die Innenseite zu benutzen, weil ich im letzten Video gesagt habe, mein Arm hasst mich für das ganze Swatchen, weil ich ja immer hier außen geswatcht habe. Jetzt mache ich sie einfach abwechselnd. Ich mache einmal die Innenseite, einmal die Außenseite. Also danke für den Tipp. Manchmal sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Hier habt ihr die Swatches. Ihr seht eine wirklich schöne Qualität. Die mattentöne sind butterweich und auch die Schimmer sind sehr schön. Also falls ihr eine schöne, neutrale Palette sucht, die hier ist auf jeden Fall super. Die nächste Palette ist dann die Sweet Peach. Ja, das ist mit einer meiner ältesten Lidschattenpaletten, die ich habe. Ich liebe sie immer noch. Sie riecht immer noch unglaublich lecker nach Peach. Also ich meine, die Palette ist wirklich schon alt. Also alt, alt. Ja, ich finde sie trotzdem schön. Ich benutze sie nicht so oft, aber ich muss auch sagen, dass die einfach so ein bisschen, ja, so ein Erinnerungsstück ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, wunderschön. Und das sind die Swatches. Ist es jetzt die beste Qualität? Nö. Also bei manchen Shades musste ich schon einige Male drüber gehen, damit ich wirklich einen schönen Swatch hinbekommen habe. Es ist halt wirklich noch eine der älteren Too Faced Paletten. Ja, aber falls ihr Peachy Töne mögt und es muss nicht mega gut pigmentiert sein, weil manchmal mag man es ja auch einfach ein bisschen leichter pigmentiert, dann ist die auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich die Gingerbread Spice Palette. Ja, mit einer meiner liebsten Too Faced Paletten. Ich finde auch, dass hier die Qualität auf jeden Fall um einiges besser ist. Ist halt ein schönes, warmes Farbspektrum. Ich meine, Gingerbread Spice ist für die Weihnachtszeit gedacht. Ja, deshalb eher ein warmes Farbspektrum. Und hier haben wir die Swatches. Man merkt ganz klar den Unterschied, finde ich. Die Palette ist auf jeden Fall viel cremiger. Die Metallics sind nochmal einen Ticken besser pigmentiert. Und ja, auch die mattentöne finde ich wunderschön. Dann kommen wir wieder zu einer relativ alten Palette, und zwar die Semi-Sweet Chocolate Bar. Die sieht so von innen aus. Ja, ist auch ein bisschen eine wärmer gehaltene Palette. Und hier merkt man auch ganz klar an den Swatches, dass sie schon ein bisschen älter ist. Zum Beispiel die sehr hellen Töne und den Einglitzerton sieht man kaum. Und auch so, glaube ich, kann man ganz gut sehen, dass sie jetzt nicht mehr so bombig pigmentiert ist. Meiner Meinung nach die beste Too Faced Palette, die Chocolate Gold. Unglaublich tolles Produkt. Ja, ich meine, ich zeige euch jetzt gleich die Swatches. Ihr habt hier wirklich vier wunderschöne matte Shades drin. Einen zum Setten, Crease, verdunkeln und nochmal verdunkeln. Und dann halt einfach ganz, ganz tolle Shimmer Shades. Ja, hier haben wir die Swatches. Ich glaube, dazu brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Man sieht das ganz gut. Die matten Shades sind toll pigmentiert. Die Metallics sind toll pigmentiert. Ja, alles in allem eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Palette. Dann kommen wir zur White Chocolate Bar. Ja, die ist eher mit so ein paar Pastelltönen eben. Jo, ist jetzt auch mit einer der schwächsten Paletten von Too Faced, würde ich sagen. Sieht man auch, glaube ich, ganz gut bei den Swatches. Es ist halt so, Pastelltöne sind halt immer relativ schwierig. Jo, ist okay, aber ist jetzt auch nicht das Beste, was es gibt. Dann habe ich die Peachy Mads oder Just Peachy Mads. Ja, eben eine Peachy Matte Palette, wie ja der Name schon sagt. Auch ein sehr schönes Ding. Und hier haben wir die Swatches. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Palette, falls man gerne so peachy Töne mag. Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von All-Matt Paletten, sondern ich mag es eigentlich gerne, wenn Schimmer drin sind. Aber ich benutze die sehr gerne. Nehme zum Beispiel ein Colourpop Super Shock Shadow. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Qualität. Dann habe ich noch die White Peach Palette, die einfach so ein bisschen, ja, hier oben so ein bisschen heller gehalten ist. Und dann haben wir unten so ein paar, ja, dunklere Töne. Der hier, Peach Passion, der schönste Ton in dieser Palette. Und das sieht man auch ganz gut auf den Swatches. Also, das ist der hier. Ja, die Qualität ist okay. Die Mattentöne sind jetzt nicht Too Faced's Beste, sagen wir es so. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Palette. Dann habe ich den Teil aus der Tutti Frutti Kollektion, aus dieser Wassermelonen Palette. Da gab es ja eine Hälfte mit Face-Produkten und eine eben mit Lidschatten. Ah, wunderschön. Ist ja genau mein Farbschema. Ich finde auch die Palette ultra süß. Und das sind die Shades. Schön pigmentiert, muss ich sagen. Gerade natürlich den Grünton und den Schwarzen mit den Glitzerpartikeln finde ich toll. Ja, ist auf jeden Fall eine der stärkeren Too Faced Paletten. Und zu guter Letzt habe ich noch die Forbidden Fruitcake. Das ist so eine, ja, kleinere Weihnachtspalette gewesen. Die sieht so aus. Ja, ist okay. Ist jetzt aber auch nicht die beste Too Faced Qualität. Das waren alle meine Too Faced Paletten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Aber abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss.